Liege oder setze dich bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem, beim Ein- und Ausatmen. Ein- und Aus. Und bei jedem Ausatmen kannst du loslassen. Kannst loslassen, was du jetzt nicht mehr brauchst. Du bist jetzt hier in der Meditation. Du musst gerade nichts tun. Du musst nichts leisten. Du darfst einfach nur hier sein in diesem Moment und meiner Stimme lauschen. Wenn du dich dazu geleitet fühlst, kannst du die Affirmationen auch gerne innerlich wiederholen. Ansonsten hör mir einfach nur zu. Und sollten deine Gedanken, sollten Gedanken aufkommen, dann lasse sie einfach wie Wolken vorüberziehen. Halte nicht an ihnen fest. Konzentriere dich dann einfach wieder auf meine Stimme. Ich liebe mich. Ich liebe mich und begegne mir so, wie ich bin. Ich liebe meinen Körper, ich liebe meinen Geist und ich liebe meine Seele. Ich liebe mein Leben. Ich liebe mich und akzeptiere mich voll und ganz, so wie ich bin. Ich liebe den ganzen Kosmos und das Universum. Ich vertraue mir, meiner Intuition und meiner inneren Stimme. Ich bin dankbar dafür, atmen, essen, trinken, fühlen, lieben und leben zu dürfen. Ich bin dankbar dafür, dass ich hier sein darf und möchte vollständige Selbstliebe. Ich bin dankbar dafür, heute etwas Positives zu bewirken. Ich bin dankbar dafür, ein Teil des Universums zu sein. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin still, bewusst, wach, natürlich, harmonisch, glücklich, liebevoll, perfekt. Ich vertraue ganzheitlich meinen Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnissen und Potenzialen. Ich trage die Verantwortung für mich und mein Sein. Ich trage Liebe und Lebensfreude in die Welt. Ich schätze das Reichtum und die Vielfalt der Natur. Ich bin in Frieden mit mir selbst und dem Universum. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Ich bin ein Wunder wie jeder andere Mensch. Mein Herz möchte bedingungslos Liebe schenken und empfangen. Mein Herz ist mein Wegweiser. Mein Herz ist die Quelle meiner Liebe und des Friedens. Mein Herz trägt die Liebe in jede Zelle meines Körpers. Mein Herz erfüllt das Negative mit Licht und Liebe. Meine Lebensfreude steckt an. Liebe ist unbegrenzt und so weit wie der Kosmos. Lasse diese Sätze nun wirken. Lasse sie sich setzen. Und wiederhole sie so oft wie möglich. Atme jetzt noch einmal tief ein und aus. Spüre noch einmal nach, wie du dich jetzt gerade fühlst, nachdem du diese Sätze von mir gehört hast. Und richte dich nun darauf ein, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Nimm die Unterlage wahr, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Atme noch einmal tief in den Bauch ein. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Spüre für einen Moment noch diesem wundervollen Gefühl der Liebe nach.